Einkäufe Reisen ohne shoppen? Das gibt es nicht. Einkaufen Das kann man auf dem Markt, an einem Stand oder an einem Laden. Das beste Einkaufserlebnis in der Fremde bleibt jedoch der Flohmarkt. Wer ist uns behilflich? Der Verkäufer oder die Verkäuferin? Продавец, Продавщица Bei Beschwerden der Geschäftsführer Direktor Meistens gibt es deutliche Schilder, aber nicht immer finden wir den Eingang. Вход Вход Ausgang Выход Выход Oder vor allem Notausgang Аварийный выход Weitere wichtige Einkaufswörter sind Schaufenster Schaufenster Vitrina Vitrina Kasse Wir brauchen Hilfe. Und dieser Mann dort sieht wie ein Einheimischer aus. Entschuldigung, arbeiten Sie hier? 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 Professionelle Verkäufer kommen sicher zu uns und fragen, womit kann ich Ihnen helfen, mein Herr, meine Dame? Oder sie fragen uns nach unseren genaueren Wünschen. Was suchen Sie? Что вы ищете? Jetzt sollten wir unsere Vorstellungen deutlicher schildern. Ich suche etwas kleineres. Oder das Gegenteil. Больший размер. Vielleicht wollen wir aber auch etwas günstigeres. Что-то подешевле. Oder etwas in besserer Qualität. Товар более высокого качества. Vielleicht schlicht etwas, das ich im Schaufenster gesehen habe. То, что я видел, видела в Витрине. То, что я видел, видела в Витрине. Oder wir wollen gar nichts und genießen das Stöbern. Ich sehe mich nur um. Сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю. Und wenn wir Glück haben, rufen wir, genau das habe ich gesucht. Es ist auch keine Schande, freundlich zu sagen, das gefällt mir nicht. Und wenn es um den Preis geht, fragt man, was kostet das? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Keiner wird es Ihnen verübeln, wenn Sie höflich fragen, können Sie mir einen Rabatt geben. А скидка есть? А скидка есть? Aber was kümmert uns der Preis? Hauptsache, ist das ein Sonderangebot? Это продается? Это продается? Schade. Das ist mir zu teuer. Это для меня слишком дорого. Andererseits, ich nehme es doch. Schließlich bin ich nicht jeden Tag hier. Außerdem hat sich der Verkäufer so nett um mich bemüht. Ich nehme das hier. Ich kaufe das hier. Wo kann ich bezahlen? Где можно заплатить? Где можно заплатить? Die Kasse ist dort. Kassa находится там. Kassa находится там. Ich zahle mit Kreditkarte. Magu ja zaplatить kreditной karточкой? Magu ja zaplatить kreditной karточкой? Bitte hier ihr Rest. Пожалуйста, вот ваша сдача. Пожалуйста, вот ваша сдача. Bitte hier ihre Quittung. Вот ваш чек. Вот ваш чек. Und was bleibt uns nach unseren Einkäufen noch zu tun? Richtig. Wir müssen die Quittung aufheben und uns alles merken, was wir gelernt haben. Das wär's. Die Reise ist zu Ende. Und auch unser kleiner Ausflug in die neue Sprache. Eigentlich war es ja nur ein Probehäppchen, das Appetit auf mehr gemacht hat. Nicht wahr? Uns hat es großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, Ihnen auch. Wir würden Sie daher gerne einladen, mit uns zusammen eine weitere Sprache zu erlernen, die nicht weniger schön ist. Vielen Dank. Guten Tag. Oder wie heißt noch mal? Auf Wiedersehen.